Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir reisen zu den Highlands. Ach, jetzt sind wir auf einmal hier. Okay. Ich lasse jetzt den Schild mal drinnen. Ach, wir können ja den Quatsch noch verkaufen. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? So. Dein Geld ist weltlos, wenn du es nicht ausgibst. Äh, gar nicht drauf. Wir fangen oben an mit Plasma Blau. Wow. Wat ein Umweg. Wow. Lief 1a. Was? Oh, ich dachte schon, da kommt es unendlich wieder raus, ey. Ach ja, hier war ein Briefkasten für später. Äh, hä? Bis nach ganz... Oh, oh. Okay. Da kommt eins an. Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt will ich natürlich auch wissen, was wir da kriegen könnten und wir sind gleich bei der Wetterfahne. Was denn? Wo denn? Oh, nice. Endlich sind sie zu was Nütze. Wie komme ich denn da hoch? Was? Das war doch eindeutig ein Treffer. Noch drei töten. Ähm... Das ist doch gar nicht. Noch mehr. Wo kommen die dann auf einmal alle wieder her, ey? Haben wir hier verhindern? Oh, ein 500er. Nice. Ach ja, der Punkt. Das sieht alles gut aus. Die Dauer des Facelux erhöhen. Okay, wie komme ich da jetzt weiter hoch? Oh, nein. Oh, nein. Ich komme ja auch nicht da irgendwie lang, glaube ich Ich meine, wir können zwar gucken, aber Ich denke mal nicht, dass es in der Leiter angebracht ist Was ist das für ein Turm da? Soll das auch ein Geschützturm sein? Nee Oder kann ich das Bus mit einer Slimeball irgendwie auch wieder abschießen? Ich glaube, ich habe es gerade Ja Ich glaube, es ist hinüber Oh, jetzt komme ich da nicht durch So, jetzt jumpen wir mal rüber Es klappt nicht Oh Okay, also auch noch ein Reziver da hoch Komm, außer Hier Hoch eventuell Klappt nicht so ganz Okay, erstmal runter Okay Okay wieder mal was grünes immer mit ich würde trotzdem gerne wissen wie man zu der windhose da hochkommt und wie viele windhosen eigentlich nur üblich haben ich glaube fast drei oder so oder wie kommen wir da hin wenn wir da nicht rüber springen können fast nur noch den linke weg da wo auch erst für den stalkern und das ganz besondere muttertagsgeschenk gestohlen dass ich eigentlich gebastelt hatte das wird der beste muttertag aller zeiten die starke schlampel hat mich dabei aus gut haben wir das erledigt was auch nicht das ist auch ein briefkasten okay dann wissen wir schon mal wo drei briefkästen jetzt sind könnte sein dass oben sogar beim turm auch noch einer war okay da geht es vermutlich nicht wirklich lang so nah und doch so fern oh 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 Und was haben wir hier in der Ecke? Wo geht's hier nochmal hin? Ah, okay. Ah, da geht's auch hoch. Sehr fern. Nein! Willst du mich verarschen? Ob ich mit einer Karriere hochkäme? Oder da? Ah, da ist ein Catch-Ride. Da könnten wir's gleich mal probieren. Nein! Nein! Ah! Ah! Sechs von acht. Wo sollen denn die anderen sein? Ehe eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren, schnell. Uah! Hoffentlich fett die Karriere ganz. Das Ding hatten wir? Ich hoffe, an der Basis war keiner weiter. Wo geht's eigentlich hier hoch? Wo geht's eigentlich hier hoch? Mhm. Wo kommt er jetzt auf immer her? So, ich wollte doch endlich gucken. Wupp. Warum da Kisten rumliegen? Einfach nur Geldkisten? Wow. Und dafür will ich jetzt hellkommen. Na toll. Ganz toll. Na gut, das gibt mir Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis dann. Ja. 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 Ja.